Ja moin schlugies. Heute ziehen wir mal wieder los. Wetter ein bisschen drüber. Und schauen wir mal was es wird. Hans Jakob hat uns geschrieben Moin Janosch. Ich würde mir eine Jax-Variante von Heilinstrumpenien-Konzert wünschen. Hallo, ja, hallo. Für Hans Jakob. Trompeten-Konzert. Trompeten-Konzert. Von Heiden. Als Jazz. Jetzt. Dann. 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 Oh mein Gott, shh. Oh mein Gott, shh. Oh mein Gott, shh. Oh mein Gott, shh. Vielen Dank. Für die Jazz Band? Was ist Ihr Lieblingsmusik? Ja, ich bin nicht sehr musikalisch, aber ich schätze jemanden, die man nicht so macht. Und es hört sich so schön an. Was ist Ihr Lieblingsmusikstil? Alles. Es ist schön, dass alles. Schön ist alles. Okay. Gut. Weiß Bescheid. Wo gehen Sie gerade hin? Ja, okay. Ja. Wir haben eine sehr leise Stimme. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Ja, genau. Wir gehen sehr leise, ja. Ja, danke schön. Sie können auch Ihren Freunden das weitererzählen. So finden Sie mich im Internet. Januarstedt von Peter. Sie können weitererzählen, wie Sie wollen. Macht es gut. Gut. Dankeschön. Alles gut. Danke. Danke schön. Gerne. Danke schön. Gerne. Danke. 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 Hey Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen. Wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, macht das gerne im Kommentarfeld und wenn ihr mich abonnieren wollt, so dass ihr immer alles mitkriegt, dann macht das bitte hier. Komm schon! Oh yeah! Oh yeah!